Die Bilder sind im Kurs Donnerstagsatelier für junge Alter entstanden. Es ist ein Atelier für Menschen ab 50. Die älteste Teilnehmerin ist mittlerweile über 80 und diesen Kurs gibt es schon seit fünf Jahren. Es ist eine Gruppe, die schon seit langem zusammenarbeitet und haben sich jetzt zum zweiten Mal dazu entschlossen, in Zusammenarbeit mit Antje Brockhoff-Schmidt von der Bücherei eine Ausstellung hier zu machen. Da jetzt der Frühling beginnt, haben wir speziell geguckt, frühlingshafte Motive, frühlingshafte farbige Bilder hier auszustellen, um die Bücherei zu schmücken. Diese Bilder sind natürlich mit verschiedenen Techniken gemalt. Manche sind Aquarell, manche sind Acryl, auf Leinwand. Sie zeigen ein buntes Potpourri der Vielfalt, die man in einem Kurs gestalten kann für sich persönlich.